und denn dann ist es hier auch der ja hat ihn wir entsprechend Wie viele haben wir denn schon? Oh, ich hab das Hunde-Futter mitgenommen. Und, äh, 14. Na komm! Mit? Ja, und da spielt das und geht's nicht. Da hast du schon recht spiel. Oh, ich glaub sogar Richtung Stritt wieder. Fantastisch! Sollte ich nur bald dran denken, einen Schweigenstall zu bauen. Die Nische kann ich mir ganz einfach kaufen. Sonst brauche ich noch mehr Geld. Ah, diese Kastationen. Bitte einsam und allein vor allem. Vor allem ist mir echt respekt. Okay. Und... Peaches. Oskar fegt sich selbst im Rücken mit dem Besen. Das war ein Glück. Das war der Angelplatz. Naja. Meine gewünschten 20, ich hab mir ja 20 gewünscht, hab ich nicht gekriegt. Aber ach, das ist ja auch schon mal was. Werde auch einer. Wir müssen uns schon mal neun finden. Oh, unsere Pa... Uh, wir haben Kokosüsse. Mäh. Wir müssen noch Futter besorgen. Halt mir dazu ein. Aber für die... Ja. Für die, ähm... Das Schaf und die Kühe hab ich gar nichts mehr. Nur für Dora. Hallo Aerith. Wer wird das in der Stadt so hoch verschwinden? Ja, ich weiß gar nicht, von wem das kommt. Rollen liest. Emilia liest. Alle lesen. Endlich wird das umgottiert. 700. Achtung. Dankeschön. Ich guck was müssen. Oh. Ich muss mehr auf, planten. Die Bahn wieder rumlos. Ein roberner Fleck, das ist so süß. Es ist so süß. Ich guck was müssen. Arne, du hast dein eigenes Futter. Oh, warte. Moment, geht's dir noch gut? Ah, haltet jetzt mal mit, weil wir noch Futter haben. Seitdem hier... Hast du das denn? Gannst du im Trog und hast dadurch ein Fütterchen? Arne, was ist los? Inventar voll. Moment, ich muss mir immer ein Inventar lernen. Wenn ich auch dein Futter noch habe. Warte, er frisst doch noch Gras. Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Die Kacke sollte vielleicht da bleiben. Und hier passt wieder ein paar Tosseln. Nicht mal. Ich hab das gesehen. Das kann ich auch eigentlich verkaufen, weil zur Zeit brauche ich's nicht. Lass endlich verkaufen? Ja! Es geht endlich! Nehmen wir es zurück, das ist noch nicht. Es gibt 10 Blütenblätter nur dafür. Sand? Erde? Erde? Das ist ja Platz. Noch gut so. Ich hab sie vergessen zu gießen. Nein! Nein! Ich hab sie vergessen zu gießen. Aber nicht mehr lange. Menno! Siehste? Das sind Scheiße. Das sind Scheiße. Wie gibt's dir Bani? Bani ist hungrig. Kommen wir gleich wieder, ja? Ja? Stopp, Paulin. Stopp. Genau da wohl bist. Ja. Wenn du kein Interesse an meinen Fossilien hast, an meinen Knochen, dann werde ich sie verkaufen. Für andere Leute, die sie mehr wertschätzen. Vielleicht sollte ich mir dann auch endlich mal den Schweinestall gönnen. Ach, Schweinestall. Hühnerstall. Schweinestall. Schweinestall muss ich selbst bauen. Könnte ich auch lange damit anfangen. Dann habe ich das längstens schon mal weg. Willst du noch Holz? Ja. Warte, Barney. Warte, Barney. Hallo, zu, du Wenn du so doof bist, einfach mal deinen eigenen Trog zu benutzen. Oh, da lag noch was. Das ist echt gruselig. Ich will wissen, was ich damit auf sich hat. Ah, nee, du kleines... Achso, die geht zu mir gut. Gut. Ich wollte dich gerade beleidigen. Vielleicht kann ich auch noch eine Kacke ein bisschen Geld verdienen. Damit wir die Potserie fertig kriegen. Aber sagt nicht, das kann ich jetzt nicht kaufen. Doch. Ach, hast du nicht die 100 Sonnen so friert für mich? Ein in der Kiste, Schaf in der Kiste, Kohle in der Kiste. Das? Kohle in der Kiste. Wir brauchen auch eine Hühnerfutterstelle. Holen wir uns das und holen wir uns das. Ach, Moment, das waren ja 17.000. Wir können uns locker noch das Huhn holen. Eigentlich. Wo tun wir denn in den Hühnerstall her? Ich denke, wir holen uns einfach Hühner, oder? Ich meine, wir kamen jetzt schnell auf die 17.000, relativ. Dann hat Barney Spielkameraden. Ja, hi. Und in der Kiste. Wie noch Futter haben wir? Ein bisschen. Mal gucken, wie das jetzt wird. Oskar, bleib weg von meinem Haus. Ja. Und wir springen gegen den Laternenpfahl. Mein scheiß Huhn! Wer heißt du? Bika. Ist ja irgendwie süß. Irgendwie bist du ja goldig. Oh, guck mal da! Das ist bestimmt auch ein ganz alter Baum. Ein Schweineschall können wir noch anfangen zu bauen. Was wartest du immer darauf, dass Zora Futter kriegt? Was tu? Was ist das? der karten klar wird nur schmal Du schmalt haben wir mal. Was hast du da im Hals? Barney? Barney? Du hast dein Hals? Achso. 6 von 10 Bienen haben wir schon. Du musst niesen. Man sollte auch dem Hals loslassen. Versorgt? Versorgt. Dankeschön. Ihr habt ja noch. Dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Wobei, wenn ich übergucke, ist das hier noch bei mir. Ich glaube keiner. Das glaube ich zumindest. Und dann sehen wir uns. Beim nächsten Mal. Dann habe ich noch ein neues Lichtblatt bekommen. Aber es ist so entspannt. Auf Wiedersehen. Ich laufe jetzt nur noch nach Hause. Ich werde auch interessantes. Ich laufe nur noch nach Hause und schmeiße das in den Brennofen. Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe auch noch ein bisschen aufgedrückt. Jetzt aber auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.